Stephen Strange zerstört in Spider- No Way Home das gesamte Universum. Sollte dieser Typ nicht eigentlich ein Arzt sein? Wir werden verrückt, wenn wir versuchen, herauszufinden, was genau er in diesem Film tat. Der erste Überraschungskameo-Auftritt, den die Fans in No Way Home bekommen, kommt von Charlie Cox's Matt Murdock alias Daredevil. Für MCU-Fans, die die Marvel-Serien von Netflix vor der Einführung von Disney Plus nicht gesehen haben, mag das keine große Sache sein. Allerdings eröffnet dies eine Welt voller Möglichkeiten, Phase 4 des MCU ernsthaft zu erweitern. Der Cameo-Auftritt selbst ist eher unbedeutend. In einer Szene in Peters Wohnung sehen wir, dass der coolste Anwalt Manhattans Peter als Klienten angenommen hat, während er mit den Folgen der Aufdeckung seiner Identität durch Mysterio und J. Jonah Jameson, der ihn für Mysterios Tod verantwortlich macht, zu kämpfen hatte. Allerdings wissen wir nicht viel darüber, wie es zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist. Weiß Peter von Mads geheimer Identität? Hat Matt Peter aufgesucht, oder ist Peter auf Matt zugegangen? Zudem ist dies das erste Mal, dass wir von Matt seit dem Ende der Netflix-Serie hören, und wir wissen nicht viel darüber, was er jetzt macht, abgesehen von der Tatsache, dass seine verbesserten Sinne immer noch stark sind und er sich immer noch für New Yorker einsetzt, die ihn brauchen. Zu diesem Zeitpunkt sind wir nicht einmal sicher, ob die Ereignisse der Netflix-Serie tatsächlich in diesem Universum stattgefunden haben, oder ob es sich nur um einen sanften Reboot der Figur in Phase 4 des MCU handelt. So oder so, es ist cool, ihn zu sehen. Aber was genau bedeutet das für das MCU als Ganzes? Vor der Veröffentlichung von No Way Home verriet Kevin Feige gegenüber CinemaBlend, dass sollte Matt Murdock jemals in zukünftigen MCU-Projekten auftauchen, Charlie Cox ihn spielen würde. Nun ist dieses Versprechen wahr geworden, aber wir wissen immer noch nicht, was die Zukunft bringt. Da dieser Cameo-Auftritt so klein war, können wir wohl davon ausgehen, dass wir noch mehr teuflisch gute Seiten von Matt Murdock erwarten können, und vielleicht auch von einigen seiner Freunde. 2002 hat angerufen, sie wollen ihren Spider-Man zurück. Leider können sie ihn nicht haben, er gehört jetzt uns. Ob Mary Jane Watson, Gwen Stacy oder Michelle Jones, Spider-Man wurde schon immer von einer Sache beherrscht, nämlich von der Liebe. In Tobey Maguires Spider-Man-Trilogie ist die Liebe zwischen Peter und MJ das Fundament der Filme. Egal, wie oft sie sich versöhnen und trennen, die Fans drücken ihnen immer wieder die Daumen, dass sie es doch noch irgendwie schaffen. Das Paar hat es im dritten Film nicht leicht, als Peter ein wenig aus der Haut fährt, aber in den letzten Momenten des Films versöhnt sich das Paar wieder. Die Fans werden mit der Gewissheit zurückgelassen, dass dieses Paar auf dem besten Weg ist, eine schöne, geordnete Zukunft aufzubauen. Doch in einem gewagten Schachzug wagt No Way Home den Schritt, den Status der Beziehung zwischen dem ursprünglichen Peter und MJ in Frage zu stellen. Als Tobey Maguires Peter gefragt wird, ob er jemandem in seinem Leben hätte, sagt er, dass es kompliziert sei. Oh Mann. Peter sagt weiter, dass sie es hinbekommen haben, was auch immer das bedeutet. Es ist unklar, ob er damit auf Probleme zurückblickt, die das Paar vor langer Zeit gelöst hat, oder ob die Lage zwischen ihnen immer noch angespannt zu sein scheint. Heutzutage ist diese Version von Peter Parker ein erwachsener Mann, und die Fans würden sich wünschen, dass er sein Liebesleben inzwischen in den Griff bekommen hat. Mary Jane und Peter sind nicht unbedingt für ein Happy End bestimmt. Aber wenn man bedenkt, wie sehr dieser Film ein Nostalgiefest ist, wäre es schön gewesen, wenn der Film diese Version ihrer Beziehung nicht in einer so komplizierten Lage gelassen hätte. Wir wissen, dass Ned Leeds ein Zauberer ist, wenn es um Technologie geht. Aber könnte er auch echte magische Fähigkeiten haben? Sicher, man kann jedem auf der Straße etwas von Dr. Stranges Hardcore-Zauberausrüstung geben, aber das bedeutet nicht, dass jeder sie benutzen kann. Wenn Magie so universell wäre wie Tony Starks Technologie, dann würde jeder Avenger Zaubern und Namen annehmen. No Way Home ist so vollgepackt mit Inhalten, dass man leicht übersehen kann, dass Neds Vorliebe für das Erschaffen von Portale nicht nur das Werk von Stranges Schleuderring ist. Wir sehen nicht, wie Peter oder MJ versehentlich Portale mit Stranges Ausrüstung erschaffen, also kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass Ned aus dem einen oder anderen Grund über natürliche Zauberfähigkeiten verfügt. Zauberei ist ja schließlich nicht einfach. Mehr noch, mit nur einem Blick wird überdeutlich, wie beeindruckt Wong von Neds zufälligen Portalentwürfen ist. So wie es jetzt aussieht, sind Neds Chancen, Wongs Zauberlehrling zu werden, wahrscheinlich gleich null. Denn keiner von beiden kann sich an irgendetwas davon erinnern. Dennoch könnte dies ein Vorgeschmack auf eine ziemlich beeindruckende und unerwartete Entwicklung von Ned in zukünftigen Filmen sein. Die Mission des MCU-Peters, alle Crossover-Bösewichte von ihren bösen Neigungen zu heilen und sie als produktive, gesetzestreue Bürger nach Hause zu schicken, ist eine noble Sache. Allerdings macht er sich nicht viel Gedanken darüber, was mit ihnen und ihrer Welt passiert, nachdem er sie alle in ihre eigenen Universen zurückbeförderte. Zuallererst kommt jeder Bösewicht, dem unser Trio von Peter Parker hilft, von einem anderen Punkt der Zeitlinie. Aus Tobey Maguires Universum stammt der grüne Kobold, der am Ende des ersten Films stirbt, Doc Ock, der im zweiten Film umkommt, und Sandman, der aus dem dritten Film stammt. Dann gibt es noch Andrew Garfields Feind, die Echse aus dem ersten Spiderman und Elektro, der in der Fortsetzung für Verwüstung sorgte. Wenn Peter jeden Bösewicht an den Punkt zurückschickt, an dem er sich befand, bevor er im MCU auftauchte, sie aber jetzt unerwartet gute Menschen sind, dann wird ihre Zeitlinie durcheinandergebracht, was unzählige Varianten hervorbringt. Denkt mal darüber nach. Wenn der grüne Kobold zu dem Zeitpunkt vor seinem Tod als normaler Mensch zurückkehrt, der von seinen bösen Neigungen geheilt ist, dann stirbt er wahrscheinlich nie. Wenn er nie stirbt, macht Harry nie da weiter, wo er aufgehört hat. Wenn das nicht passiert, dann stirbt Harry auch nicht. An diesem Punkt würde die Time Variance Authority einen großen Tag mit diesem Fall haben. Vieles von dem, wie dieses ganze Multiversum funktioniert, muss im MCU erst noch geklärt werden. Und bis das alles auf eine leicht verständliche Art und Weise geklärt ist, werden wir uns den Kopf zerbrechen müssen. Gegen Ende des Films spricht Doctor Strange einen Zauber, der die ganze Welt vergessen lässt, dass sie Peter Parker je gekannt hat. Als Peter Strange bittet, den Zauber zu sprechen, wenn noch mehr multiversale Bösewichte in seinem eigenen Universum auftauchen, scheint es derselbe Zauber zu sein wie am Anfang. Er lässt die Menschen Peters Identität als Spider-Man vergessen. Stattdessen löscht Strange dieses Mal Peter Parker vollständig aus dem Gedächtnis aller Menschen aus. Nicht einmal Ned und MJ wissen, wer er ist. Es ist tragisch, doch die Semantik des Zaubers ergibt nicht viel Sinn. Stranges Zauberei ist normalerweise nicht perfekt, aber dieser Spruch scheint so widersprüchlich zu sein, dass er eigentlich nicht funktionieren sollte. Wie kann ein Zauber dafür sorgen, dass die Leute vergessen, wer Peter ist, aber sich an Spider-Man erinnern, wenn Peter und Spider-Man doch ein und dieselbe Person sind? Sicher, Spidey trägt eine Maske, und manchmal einen milliardenschweren Iron-Man-Nanotech-Anzug und ein paar wirklich gruselige Spinnenbeine. Doch er ist immer noch Peter Parker. Die Fans müssen sich ernsthaft weigern zu glauben, dass die ganze Welt sich an die Existenz von Spider-Man erinnert, Peter aber ganz und gar vergisst. Wenn sich die Leute an Spider-Man erinnern, dann erinnern sie sich auch an Peter. Spider-Man ist einfach Peter in einem lustigen Outfit. Amnesie in Bezug auf seine geheime Identität ist eine Sache. Da beide Aspekte seiner selbst noch existieren, würden die Leute ihre Verbindung einfach vergessen. Das ist eine ganz andere Sache, und wir wissen so wenig über die Bestandteile von Stranges Zauberspruch, dass es schwierig ist, genau zu analysieren, was passiert und warum. Nun, da alle Peters Existenz vergessen haben, verpasst er scheinbar seinen Schulabschluss, die Zulassung zum College und alles andere, was seine Zukunft hätte sein können. So wie es aussieht, gibt es Peter Parker nicht mehr. Was genau ist also sein Fünf-Jahres-Plan? Der Film verrät uns Peters Pläne in Form eines General Educational Development Buches, kurz GED. Es sieht so aus, als ob unser nerdiger Superheld noch nicht bereit ist, seine MIT-Träume aufzugeben, aber ohne offizielle Existenz ist es unklar, wie er überhaupt so etwas Einfaches wie einen GED machen kann. Existieren irgendwo noch Aufzeichnungen über Peter, und nur die Erinnerung an ihn ist gelöscht? Das scheint unwahrscheinlich, denn wenn es noch Spuren von ihm gäbe, würden MJ und Ned zumindest Bilder von ihm sehen und sich fragen, wer in aller Welt auf ihren Fotos herumspukt. So wie es aussieht, ist Peter Parker ein Geist, und Geister gehen nicht aufs College oder machen ihren Abschluss. Das ist ein ziemlicher Flop zum Abschluss einer bis dato recht unbeschwerten Trilogie. Nachdem die Welt die Erinnerungen an Peter verloren hat, sehen wir Peter in einem neuen, glänzenden Spandex-Anzug in Aktion treten, der aussieht, als sei er direkt aus einem 80er-Jahre-Trainingsvideo entsprungen. Es ist unklar, was mit seinem ursprünglichen Anzug passiert ist, wenn überhaupt. Vielleicht hat er einfach eine Identitätskrise. Fairerweise muss man sagen, dass er jeden, den er je geliebt hat, innerhalb einer Sekunde verliert, also können wir es Peter nicht verübeln, dass er eine gute, alte Pre-Midlife-Crisis durchmacht. Wahrscheinlich ist es das, was der Arzt ihm verordnet hat. Allerdings haben wir keine Ahnung, ob sein Anzug in dieser Zeit überhaupt noch existiert, was eine noch größere Frage aufwirft. Existieren Peters andere Anzüge und Technologien noch in dieser Zeitlinie? Wenn seine Ausrüstung noch existiert, was genau war der Grund dafür, sie alle zu verstauen? Sicher, sie kennen Peter nicht, aber die Avengers sind normalerweise schlau genug, um zu wissen, dass der etwas gewaltig im Argen liegt. Zieh den beschissenen, supertragischen Anzug an, geh zum Avengers Tower und bitte um Hilfe. Oder noch besser, warum geht Peter nicht zu Strange? Wenn Peter den anderen Helden sein Problem vorträgt, werden sie wahrscheinlich erstaunt sein, wie seltsam die Lücken in ihrem Gedächtnis sind und dass sie Spideys Identität nicht kennen. Er hat sogar die Möglichkeit, etwas zu sagen, als er Happy trifft, aber er bleibt still. Was ist los, Parker? Gehen wir zurück zu den Ereignissen von Spider- Homecoming, als das alles noch einfacher war. Erinnert ihr euch an Vulture, der zwielichtige Vater von Peters Flüchtigerbeziehung Liz? Es ist eine ganze Menge passiert, seit Peter sein Homecoming sausen ließ, um den schurkischen Vater seine Verabredung zu jagen. Doch die Post-Credit-Szene des Films deutete die Zukunft von Vulture im MCU an. Eine Zukunft, die wir bis jetzt noch nicht gesehen haben. Eines der wichtigsten Merkmale von Vulture, alias Adrian Toomes, im MCU ist, dass er am Ende von Spider- Homecoming Spider-Mans wahre Identität kennt. Er weiß, dass Peter Parker ein Superheld ist. Das ist eine ziemlich große Sache. Wenn das MCU jemals Vulture zurückbringen sollte, wie wollen sie dann Vultures Wissen ausgleichen, wenn er sich nicht an Peter Parker erinnert? Würde er sich überhaupt daran erinnern, warum er im Gefängnis ist? Eine einfachere Frage ist, warum Vulture in diesem Bösewicht-Mash-Up nicht von Anfang an eine Rolle spielt. Stranges Zauberspruch rief Spider-Man-Bösewichte aus alternativen Universen herbei. Wäre es außerhalb des Bereichs des Möglichen gewesen, dass eine alternative Version des Vulture's oder sogar Mysterio ebenfalls auftaucht? Es gibt mehrere Realitäten, Peter. Das ist Earth, Dimension 616. Ich bin von Earth 833. Ihr ahnt es schon. Es fühlt sich so an, als wäre No Way Home am verwirrendsten, wenn es versucht, seine eigene Handlung zu rechtfertigen. Am schlimmsten fühlt es sich so an, als wäre das Ganze darauf ausgelegt, dass einige ganz bestimmte Charaktere auftauchen, unabhängig davon, ob es Sinn macht oder nicht. Nach der Post-Credit-Szene in No Way Home kribbeln unsere Spider-Man-Sinne. Viele Spider-Man-Fans sind sich einig, dass die Einführung von Venom im dritten Spidey-Film von Sam Raimi der schlechteste Teil der ursprünglichen Trilogie war. Aber nach all den Jahren könnte es an der Zeit sein, Spider-Man wieder mit Venom bekannt zu machen, und basierend auf Addys Auftauchen in der Welt des MCU könnte das das Mash-Up sein, das wir beim nächsten Auftritt von Peter Parker sehen werden. Wie sich herausstellt, hinterlässt Eddie ein kleines Symbiontengeschenk in Peters Universum, bevor er wieder in sein eigenes gesaugt wird, das heißt, nachdem er alles über die Avengers, den Blip und das vergangene Jahrzehnt an Superhelden-Streichen erfahren hat. Wie genau wird Venom also in diese Welt passen? Wer wird die heimtückische Bestie beherbergen? Es könnte sein, dass die Serie eine MCU-Version von Eddie Brock einführt, oder vielleicht wird der Symbiont für eine Weile bei einem anderen Bösewicht landen. So oder so, in diesem neuen, kühn Marvel Cinematic Multiverse braut sich in der Zukunft eine Menge Ärger zusammen. Schaut euch eines unserer neuesten Videos gleich hier an! Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über Spider-Man No Way Home. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein einziges Video mehr verpasst.